Feindkontakt! Er wird uns Müllsekt ausgerüstet. Anisieren! Neutralisieren! Macht das warm! Nichts nicht abstecken! Greift die Polizisten! Okay. Da ist jetzt die Frage, wie... Scheiße! Auf was, auf was, auf was! Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Pssst! Die Scheißdinger, ey! Oh, mit da! Alter, Alter! Ey, wieso ich die totkriegen, ey! Hier, also ein paar... ...Felker... ...die Waffen an der Seite wegmachen! Hm... ...dass wir... Mö... ...schau... ... Ich weiß gar nicht, ob ich welche habe gerade. Ja, gern geschehen. Puh, okay. Komm schon, Will. Lass uns ver... Ah, Millideck. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Das ist ja noch was Schönes. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ja, ja. Ich möchte mit Ihnen reden. Ja. Ja. Die haben zuerst geschossen. Sowas von. Weiß ich nicht. Ähm, mit Reus? Da stand nicht, dass ich mit ihm reden soll, oder? Wir können ja gleich nochmal neu laden, aber ich glaube nicht. Ja, können wir mal gucken. 59. 59. Okay, 2049. Komm, wir laden nochmal. Ja, machen wir nochmal. Wir gucken uns das nochmal an. Nee, sagt mir nix. Poly 4? Nee. Ich kann nicht mit ihm reden, Max. Da. Ah, doch. Jetzt. Uh. Alter, nice. Da, jetzt. Wir müssen erstmal... Kurzschluss, oder was? Äh, nee, hab ich noch nicht. Muss ich mir... Vielleicht mal anhören. Und? Wie lautet das Klauberwort? Was? Danke, wie? Wofür, verdammt? Dafür, dass wir deinen Blecharsch gerettet haben. Ah, 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 ah. Hast du Halos, oder was? Nö, tja. Na, das andere nicht, oder was? Ich warte nicht. Da. Das andere können wir ihn auch nochmal fragen, aber der weiß ich nicht, ob das das richtige ist. Kurzschluss, oder was? Du bist erledigt, weißt du das? So wie ich das sehe, bin ich am lieben. Die nicht. Aber sie werden wiederkommen. Militech wird nicht locker lassen, bis du tot bist. Mit den richtigen Eiern in der Mangel entscheidet man selbst, wer stirbt und lebt. Oh. Weiße Worte. Merkst du dir? Mach ich. Fünf. Ja, ich verschwinde, ja. Gut, hier liegt noch was rum. Wisse. Komponenten. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Ah, Militech. Die Abendien sind alle überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Das limitiert Schallplatte. Das finde ich auch nicht schlecht. Fahrkontakt! Nicht schießen! Ich weiß schon, welche letzte Platte ich mir holen werde. Von Fettes Brot. Die letzte, die hole ich mir auf jeden Fall. Naja, Platte. Na, so. Jetzt haben wir also geredet mit ihm. Jetzt können wir uns noch mal anscheinend was machen. Sagen wir mal Danke oder damit habe ich nicht gerechnet. Nee, ich sammle nicht. Es gibt nur, wenn ich mal Lust drauf habe, irgendwie die Band zu supporten oder die Band gut finde, dann hole ich mir auch mal die Platte. Aber sehr selten. Habe schon ewig keine geholt. Ich hatte mir, glaube ich, die letzte von den absoluten Beginnern geholt. Die hatte ich mir geholt. Danke. Ist gar nicht so übel. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu tun. Man ist dir gefolgt. Aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Meldstrom ins Bett gehüpft. Und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. So wie wir das machen würden. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Hm, ganz genau. Ich hab dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Meldstrom nehmen selten ein gutes Ende. Hm. Der will doch bestimmt was, oder? Irgendwas will der. Ich meine, sonst wäre er doch nicht hier und würde uns hier nicht einfach gehen lassen. Hm. Würde ich mal so sagen. Nee, immer mit Meldstrom immer ein gutes Ende. Ja. Also bis jetzt. Nee, wir sind fertig. Gut. Wir sind fertig hier. Und drin wirst du kaum was rausfinden. Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Meldstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Uns war es kein Vergnügen. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ach komm, du bist ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, meine Liebe. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Heilung, Ufi. Bis später. Wie sieht es aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab es Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab es Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Ja, wir haben es fast geschafft. Wir haben einen Deal. Wie lagen Sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ah, kann ich lange nicht klauen. Schade. Wir hatten einen Deal. Du hast was drauf, Miss V. Hier rein? Oh. Ich wollte doch rein. Das ist doch bestimmt irgendwas Spannes. Ja, ja, es kann losgehen. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Miss V. Bis später. So. Uh, jetzt kann ich weiter upgraden. Jetzt erlege ich euren Job. Schwenigs! Hey! Danke für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Moinchen! Wart ihr erfolgreich in Fortnite? Ich... Oh! Uppe! Da bin ich ohne gefallen. Herzlich willkommen, Ottergang. So sieht's aus. Ist das nicht mein Auto? Ne, ist das nicht mein Auto. Wo ist mein Auto? Also, ich muss erstmal kurz speichern. 4Kid4! Hey! Einen wunderschönen guten Abend. Am Anfang zumindest. Ja, ja, ja. Fortnite ist... Das habe ich auch mal eine kurze Zeit lang gespielt. Das war... Ja. Nicht meins, weil da so viel gebaut werden musste. Und damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Das war absolut nicht mein Ding. Wart bei Kordekar. Da ist mein Auto. Ja, das finde ich ja... Das finde ich eigentlich nicht schlecht, aber... Ah, ich weiß nicht. Ach, nee. Fortnite. Ich hätte nicht... Ich wurde vorhin schon darauf aufgefordert, Valorant zu spielen. Da bin ich auch nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Oh. Ich bin nicht der beste Shooter-Spieler. Muss man einfach sagen. Und ich muss unheimlich viel trainieren, damit ich hier halbwegs... Halbwegs gut werde. In solchen Sachen. Also ich muss sehr viel trainieren, damit ich das gut bin. Nix, Max. Hier gibt es keine Schnellreise. Das ist auch eine der Regeln, die hier aufgestellt wurde. Keine Schnellreise. Tut mir leid. Es wird keine Schnellreise geben. In diesem Play-Through. Außer das Spiel macht es natürlich von alleine, aber ansonsten... Ja, Rocket League. Da bin ich doch schlechter. Aber das könnte ich mir noch mal vorstellen, dass man das noch mal spielt. Sea of Sea... Ah ja, stimmt. Da wollte ich ja noch mal gucken, ob ich das noch irgendwo rumliegen habe. Das wollte ich auch noch mal. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, das... Das muss man... Dann müsste ich dann mit dir zusammenspielen. Alleine empfinde ich, macht das absolut gar keinen Bock. Max ist halt mein halber Manager, ne? Der bestimmt dann, was ich spielen darf und was nicht. Was wir keine gratis-Spiele... Nee, aber Sea of Thieves ist nicht gratis. Das ist definitiv nicht gratis. Das musst du dir kaufen. Also von daher... Ja, ich muss mal gucken, ob ich es finde, ob ich es irgendwo habe. Oder ansonsten im Game Pass, denke ich mal. Alter. Ah nee, das ist ja richtig. Dann können wir das gerne mal zusammen zocken. Achso, Rocket League ist es gerade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hatte ich sogar auch mal auf der Switch installiert, glaube ich. Oh, das wird schon... Ah, wohl mit Controller, glaube ich, ist es wesentlich besser zu spielen. Max, Rocket League ist wirklich ein gutes Spiel, finde ich. Da gibt es auch mehrere neue Modi, oder? So. Ja, wenn Dark Horse das schon mal gut findet... Okay, 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 dann ist es ein Anspruch, das mal zu machen. Da müssen wir uns mal zusammen tun, und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Da mal so einen Stream zu machen. Mit einem von beiden Sachen. Äh... Denke schon. Nice, das finde ich gut. Und das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Nein, Max, ich hab's schon... Ich hab's schon gelesen. Hallo! Äh... Ich überfliege noch nicht. Ich hab schon gesehen, dass ich kein gratis Spiel spielen soll. Aber dann... Äh... Dann gebe ich halt was für das Spiel aus, und dann ist es nicht mehr gratis. So, jetzt sind wir noch die Fragen. So, sieht er müde aus, oder... Wie geht's Mama? Ich glaube, das ist eigentlich völlig egal, ne? Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach... Du weißt schon. Ich mach sie ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich... Ich lüge. Ja... Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Oh, sieht's aus. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Ha, 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 vamos! Hallo, was ist los, los? Ab in die... In den guten Club. Das war mal ne Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Ah, ja. Ich verstehe schon, Max. Was hast du von mir? Echt jetzt? Oh, scheiße. Muss ich nicht mehr sein? Vielen Dank, dass du mit beim Raid dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich danke dir. Und wer seid ihr Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Ja, aber sowas von klar. Er sagt, er braucht ne Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Bero. Das ist es. Das fucking Afterlife. Was hat ich? Wie egal, wie kann ich schreiben will? Das ergibt wenig Sinn, Max. Hingfalls für mich. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Black. Hey. Setz dich. Ich bin gleich bei dir. Wir haben alle hier gesessen. Und sind an der Bar eingepängt. Endlich sind wir hier. Warum sind die Stühle so weit auseinander? Das hier gibt alles keinen Sinn. Hey. Siehst du die alte Dame da? Alt? Das ist Rogue. Der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Max. Was wollt ihr trinken? Äh. Ich hab ich da mit mir leid. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischotten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lang gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten Respektierte. Vergiss das nicht.